Äh, wo sind die? Im Bauch? Hallo und damit herzlich willkommen zurück! Und, ja, Mensch. Warum kann man denn das hier freiräumen, diesen... Was, was bringt mir denn das, dass ich das kann? Achso, falls ich das den Hebel nicht benutzen, aber das ist ja nur sinnlos. So, uuh. Nicht mehr weit. Ich mach mal die Tür auf, irgendwie. Kann man hier... Nee, die kann man nicht... Oh! Sack weg hier. Ähm. Nee, das hört auf. Warte. Nee, warte, jetzt hier komm ich nicht. Nicht nur, dass die Tür plötzlich zu ist und man braucht das dann. Keine Ahnung. Fluchtweg und so. Ist ja immer ne Frage, ne? Das war am nächsten Jahr eins immer so ne Frage, ob man die Türen jetzt auflässt oder zu macht. Auf der einen Seite kann es vielleicht eine Barrikade für jemanden sein, der dir folgt. Auf der anderen Seite, als Fluchtweg ist es vielleicht wohl nicht ganz schlecht, wenn sie offen ist. Naja, naja... Ah. Wieder ein Zwirfen. Hä? Was hat uns jetzt gemacht? Das war und die gute Frau, ja? Ich hab... ich hab das Ding gesehen bevor, ich bin sicher, dass ich es habe. Das ist irgendwo vielleicht ein paar Mätsches oder so, ne? Fuck. Ich wünsche, ich kann mich erinnern. Du und Mätsches? Äh, ja? Stopp. Mein Bambusstock. Mein Bambusstock. Mein Bambusstock. Können wir selbstsicher die Treppe herauflaufen? Hm. Oh, ne. Die Käsefresser. Also. Okay. Oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen von meinem Schatten rechts erschrocken. Worum ist denn hier? Das ist wie so ein Geschütz, äh... Da ist doch irgendwas drunter. Jawoll. Kann man die Tür... Ne, ich mach das mal weg. Ich mach die Tür... Alter. Ja. Ich muss das so machen. Ja. So. Ja. Ja. Das ist ja... Was haben wir denn hier? Jonathan Webber. Ingenieur. Papiere. Brutig. Braucht ein Visum. Jonathan ist ja Ingenieur. Auch von Triple Crown angehört. Hab uns zueinander getroffen. Hat an vielen Projekten gearbeitet. Aber nie außerhalb England. Ein netter Typ. Aber wie ein aufgeregter Welpe. Will unbedingt das Richtige für Afrika... Was? Wunderfühl. Ja. Will unbedingt das Richtige Afrika kennenlernen. Kommt bestimmt gut mit Tasi und Eva. Klar. Aber muss dafür sortend das Lernen. Nicht überfährt. Okay. Die können sich offenbar nicht so gut leiden. Ah, Jonathan ist großartig. Die erste Mal raus in der Welt. Und alles ist ein Wunder. Es ist wie ein Kind zu haben. Oh, jees. Sorry, Tasi. Hier noch erst was. Wie gemein das hier versteckt war. So ein kleines Randzettelchen. Aber wie wolltest du denn noch mal in so einen warmen Farbton hier ist nicht immer dieses finster und grün? Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Mhm. Welcome. To the end of the world. Malik, Leon. Let's take a look ahead. The rest of you hold tight here. Won't be long. Tasi, what's the sign say? My French is piss poor. Just that they were a long way from home. Ja, das ist ja verheißungsvoll. Wo das steht, da möchte ich doch gerne hin. Hm. Oh. Hm. Ja, gut. Hä? Ach so rum. Manchmal kann man es mit Escape Back machen, manchmal nicht. Ist irgendwie Manchester dahinter oder so? Oh ne. Was ist denn hier? Na, was haben wir denn hier? Na, wenn hier so was steht, dann zieh ich das doch mal weg. Irgendwelches Zeug hier. Ha! Mensch. Siehste? Wo ist die Sache? Warte mal, wann? Warte mal. Establish? 1907. Ich wollte gerade sagen, sah aus wie 1997. Wie kann denn das sein, wenn wir hier 37 spielen? So. End of the world. Cool image. Ja. Ach Mensch. Na los. Oh, das Baby ist schon größer. Jetzt nicht mehr. Precious Jewel. Und schau dich an. Pilgerin. Oh. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, ja. Auf the end of the world, das gefällt mir nicht. Oh, wir waren hier. Oh. Ich, ich erinnere mich, Angst zu sein. Warum? Ja. Ich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Krinke. Schau dir den Größe an diesem Ort. Danke. Danke. Vielen Dank. Irgendwas für mich zu mitnehmen. Ja, also. Das sieht doch eigentlich aus, als könnte man was anfangen. Wow. Hier ist echt viel. Das ist cool. Da drinnen leuchtet's. Da ist auch Strom. Geh mal nicht hin. Hier haben wir jetzt einen Keller. Ich will bloß mal kurz gucken. Ja, natürlich kann man die anderen. Nö, da kann dann schon, da gehe ich jetzt nicht rein, ne. Da kann dann schön hier jemand anderes reingehen. Alter, das sind das große Patronenhülsen. Hussa. Das ist aber mal ein bisschen ein größeres Kaliber, würde ich meinen. Links drin. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Was? Ach, weil das Zeug drauf liegt. Nein. Ja, wow. Ich kann den ganzen Mist mitnehmen, aber mal in Streichholz mehr. Und außerdem bei so einem Briefchen, ne. Du brichst normalerweise die Streichhölzer raus und dann schmeißt du das Briefchen weg. Steckt er die da immer wieder rein, oder was? Oder klebt er die dann mühevoll ein, damit er sie dann wieder rausbrechen kann, oder was? Naja, immerhin weiß ich jetzt wohl welchen Sinn, ne. Ist das schon wieder? Also, was ist denn hier die Schüssel? Das ist das die ewige Schüssel, oder? Äh, meine Güte. Oh, ach ne, die kann bloß anbrennen, gut. Ne, gehe ich jetzt nicht rein. Keller kann dann hier Hugo machen. Ganz oft. Ich dachte, die Rolle jetzt immer noch. Ja, ist auch nix. Ich darf einfach mal kurz alles ab. Man weiß ja nie... Mäte... Das ist aber komische Gräber. Oh, hier. Guckuck. Huhu. Der Hut ab, ne. Oh, hier geht's hoch. Ah, hier. Wie wohl, Lico. Da wieder hoch. Oh, ja, hier. Von dem, von dem. Oh, kleine Geschutze. Kugel, kugel. Oh, aah. Wolltest du durchbrechen? Nee. Ich würde da gerne eine Kanonenkugel einführen. Oder liegt noch... Was liegt denn dort? Nein. Und das? Öl. Ah. Ach so, das füllt automatisch ein. Okay, drei von zehn Öl. Aber wir brauchen das Öl ja... Da liegt noch was dahinter. Oh, hier. Na eben. Malik Dambura. Führer. Erster Wache. Ist schon... In Algier. Gibt nicht zu viel zu sagen. Malik kümmert sich wie immer um die Vorbereitung. Kauft Vorräte und so. Rahail erinnern extra Wünsche an ihr in Algier zu senden. Ihm Rahail so früh wie möglich vorstellen. Er ist ein guter Freund und kann sie davon abhalten, Dummheiten zu begehen. Mir ist schon tausendmal passiert. Was da vor Dummheiten? Leute mit Kanonenkugeln abgeschossen. Ihm außerdem eine Tarsi-Situation erklären. Er würde alles für sie tun, auch wenn sie das nicht weiß. Was ist denn Hank? Was ist denn Hank? Er war so faszinierend. Aber alles, was er getan hat war, war zu stehen und sagen... Es ist eure Entscheidung, Herr Victor. Er hat nie sogar seine Vizepräsident. Ich denke, er wird nahe zu dem mit der Frieze. Positiv und sarcastisch. Hier ist, glaube ich, der Graufilter gerade ausgefallen. So, ich würde mal kurz was probieren. Saublöd jetzt, aber vielleicht geht's auch. So. Nö. Na gut, doch nicht. Wie das sein können, es kann... ...kann insertet werden. Okay, hier ist also erstmal nichts weiter. Was? Was? Let's take a look in that building, on the left there. Malik, you and me up front? Nein! Abgelehnt. Bist du auch nicht mal hier? Nö, stimmt. Asyls Mutter? Nö, nö, nö. Ah, legion 1, oh, ach so, da kriegen wir auch, ja. Gefreiter Matteo, ja. Das ist Rosier. Er hat wahrscheinlich keine... Ach, er hat wahrscheinlich keine Rosen gemacht. Wen haben wir hier? Hm. Ernsthaft? Du bist schwul? Ach Gott. Die Lindenstange ist gleich auf dem Niveau. Entschuldigung. Bist du später die Stunde? Warte her! Bist du früher die Stunde? Ist das ne Wasserpumpe? Ja, Waterpump. Die Schwede? Ahahaha. Hashtag Relatable. Wow, die Erde da drin muss ziemlich hart sein. Ja, ja. Und die Pflanzen sind auch hier aus Plastik. Und gegossen. Oh, hallo. Ich will dich essen. Boah, Alter, stell mal vor dem Schiff. Gebesen. Komm da an deinem Baby rum. Ist das so laut? Fummel mal an deinem Baby rum. Ist denn hier ne Wasserpumpe? Ah, ach, da ist zugeschüttelt. Huch! Narzisstin habe ich bekommen als Augen scharf. Ja, nur weil ich mein Spiegelbild angeguckt habe. Ich bin einfach nicht faszinierend. Ich sollte nicht sein, ich weiß, aber... Ich glaube nicht, ich kann es nicht schütteln. Wer kann es schütteln? Schade. Alter! Okay, das macht sie sehr geräuschvoll. Sehr, sehr geräuschvoll. Ich habe keine Lust da drüber zu laufen. Ja, dann zieht das Team da. Okay. Wenn das Spiel gewollt hätte, dass ich einbreche, dann wäre... Hier ist... Na toll. Okay, hier geht es wirklich nicht weiter, ne? Hier geht es wirklich nicht weiter. Na gut. Das ist auch keine Tür gewesen. Und jetzt... Das ist dasselbe Aufgang. Ich bin mal übermütig und renne mal ein bisschen. Dann gehen wir in die Zelte dann. Naja. Ich möchte da hoch auch noch gehen, hier. Was ist das? Das ist so ein Mini-Panzer hier, ne? Oh! Wo ist das denn? Ach, das ist ja drin. Ach, das ist ja drin. Ne, da gehen wir jetzt noch nicht in die Verlockung ist zu groß. Oh! Schade. Ich wäre gerne hier mal... Ah, hier! Hier ist doch was. Was ist denn hier? Ihhh! Ihhh! Ich will doch da nicht reingehen! Doch! Ihhh! Zu dem Ekelmann hier reingegangen! Oh, hier ist ein... Das ist immer... Ja, stimmt. Ach, lustig! Ah! Kann ich mir die mal angucken hier? Mhhh! Das sind sehr flache Schalter hier, sehr flache Steckdosen. Huch! Was ist das denn schönes? Das ist ja gemein versteckt! Ja! Oh! Na doch, doch! So, jetzt gucken wir mal hier durch. Keine Ahnung, abfeuern. Warte mal. Worauf muss ich denn zielen? Ach, geht gar nicht mehr. Okay, das war's. So, ich feuere jetzt mal ab. Ach so! Ah! Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ich will mal ganz kurz mich nach... Bevor hier irgendwas dann durch die Tür auch irgendwie gebackelt kommt oder... Weiß man jetzt mal nie, was dir einfällt. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es da auch irgendwelche Collectables gibt. Wenn wir jetzt gleich an die Tür gehen, wir bestimmt gleich feststellen... Ja, hier kommt man ja nicht durch. Hallo? Jemand zuhause? Ja, wieder Matches hier. Ich will das jetzt... Ich will das jetzt auch mal machen. Du musst sie noch auf die Boden legen. Da knallt die schon mit der Restaurant. Ah, jetzt... Kannst ja auch aufs Bett tun. Und jetzt einfach nur Restaurant zu finden. Stimmt. Kann man nicht öffn machen, auch noch Matches? Ich habe eigentlich schon... Ne, ich... Ne, das bringt mir nicht noch, oder? Das bringt mir nicht noch... Ne, das ist noch nicht. Ne, das ist alles... Was? Ja, komm, da war ich ja schon hier drüben. Ich habe ja schon fast Lust, irgendwas anz... Ne Kerze anzumachen nur, aber ich will die Matches nicht so los verbrauchen. Ah, wieder ein Buch, was man lesen kann. Was auch immer das... Warte mal, das kann man doch erkennen, was das ist. Ja! Das Bett ist natürlich so im Weg. Zeig es mir. Äh... Viel Dressing. Achso, das sind auch noch welche Kleiderpakete. Okay, verstehe. Jetzt haben wir es drunter. Ah! Da ist was! Lampenöl! Mensch! Ne, was ist das? Doch! Oh, hier ist jemanden kalt! Un poco kalto? Das sieht irgendwie so aus aus. Das kann doch nicht. Schade. So! Ey, guck mal kurz zu der... Quartermasters... Oh, das verräte das Grottiermeister. Guck mal kurz mal... Ach, wo soll ich denn zuerst? Ich guck mal kurz hier hin. Warum kann ich das machen? Ja! Das ist der Grund, warum wir hier schießen können. Es kommt! Es kommt! Es kommt! Komm schon! Komm schon! Es kommt! Alter! Das Geräusch gehört, danach. Nach It's Coming. Ich hab keine Lust auf das Geräusch. Ja, ja, wir kommen gleich. Hier irgendwas... Ja! Okay, wir kriegen... Wir haben hier Match-Vorrat. Kabel... So, anbrennen. Die angeblich brennt die. Weil ich kann sie gerade ausmachen. Okay. Vorwut muss ich gleich die Flasche kaputt machen. So! Hat das einen Grund, dass wir von hier oben gucken können? Hm. Ist nett. Ich weiß nicht. Jetzt seht ihr das da hinten? Warum kann man da durchgucken? Ist das ein... Ist das ein Ladefehler? Na, gucken wir mal zum Kartiermeister nach. Gucken wir mal auf die Uhr. Ach, das geht doch noch. Da können wir doch mal beim Kartiermeister vorbeigucken. Nehmen wir jetzt zur Mutter Teresa. Ich bin die Mutter der Zeit. Ich hab Lust im Fass. Jawoll! Fall in den Quicksand hier rein. Hm. Eben nicht. Oh! Ist auch nicht. Hm. Anderer Untergrund gerade. Eine Katze. Kein Sekunde, das ist von Hartmann Lefebvre. Lefebvre wie die. Kein Zutritt. Es lockt. Wir haben doch hier was. Schlüssel zum Arsenal. Ein Schlüssel, der mit dem Panzerquandal. Wer ist mit Arsenal beschriftet. Ne, geht nicht. Ja, das hätte ja sein können. Huch! Ja. Ah, mache ich die Fußspur? Ja, ich mache die Fußspur. Das ist aber eine schöne Idee. Nett. Sehr nett. Schönes Teil. Die bleiben vor allen Dingen auch. Ich laufe irgendwo lang. So. Jetzt gehe ich in die Putze rein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich werde immer hier sein. Ich bin hier. Das ist aber sehr glücklich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich finde schon, wie es einfach kein Text ist, sondern einfach nur dieses Bild. Ja, 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 wir gehen gleich zum Radio. Hauen wir gleich mal rein. So, unsere Lampe ist voll. Ach komm, wir können es uns... Ja, vor allen Dingen... Achso, wahrscheinlich kommen wir durch die Tür nicht rein, ne? Es war so klar, es war so klar natürlich. Sonst käme der Dialog gerade jetzt nicht. Ich würde trotzdem gerne mal eine Frünzel anmachen. Ach komm, wir leisten es uns jetzt mal, ne? Irgendwas, was uns nützt? Jetzt können wir uns ja kurz die Matches wieder auffüllen. Das mache ich mal noch schnell. Zack. Achso, wir haben nur eins rausge... Ach ja, klar, weil wir nur eins verbracht haben. Wie hat man... Kriegt man die Lampe auf? F. Ich mache das aber anders. Warum muss ich das können? Ich mache jetzt die... Ach, ist das bescheuert. Nein, ich will quatschen. Ich muss nicht mehr anbrennen, ey. Das ist nicht mehr so. Ach, Mist, ey. Ein Mist, dass man schon wieder hier unter Druck gesetzt wird. Ja, lol. Was ist das hier alles schönes? Oh, Telegraph. Vordere Verstärkung an. Dringend Stopp. Okay. Alles klar. Ähm, ich hatte gerade das Geräusch verwirrt. Dieses... Bum, 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 bum. Warum hat es das gemacht? Mehrere Tote fordere Verstärkung an. Oh. Tote? Bestimmt doch, oder? Tote! Hm. Gut. Melde Tod, lege, äh... Stoffverdüchtige, einnämlich Rebellenfestung, Inberatschaft, ähm... Okay. Hm, 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 hm. Oh Gott, ich hab die Lampe noch an. Nein. Ne, ach so. Ach, die meint das zum dem... Ja. Vordere Transfer... Hm, hm, hm. Okay, verstehe. Hier. Lieferungsverzeugung von Akzeptabel, Sufficienten, ja, 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 ja. Ich hasse Stress. Ich hasse Stress. Ich will hier nicht lang. Oh, oh, der verstört mich. Okay, alles klar. Verstehe. Oh, das ist anstrengend. Was ist das denn? Hä? Oh, warte mal. Ah, ne, da kann ich irgendwas... Irgendwas fehlt hier. Was fehlt mir denn? Ich dachte, er gibt mir mal... Ah. Äh, Fehlerabendbrötchen, äh, hä? Ach so, was da dran ist, ja, ja, das brauche ich, um den Dings zu benutzen. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ah. Es wird in da, ja. Oh, wir entdecken die Secrets Arzt, Herr Munger Sie sind ja bestanden auf den Expeditionsarzt Weil seine Leute den Einheimischen nicht vertrauen Er hat ihm gesagt, dass wir eine Woche in Kais verbringen werden Nicht drei Monate im Dschungel Aber davon wollte er nichts wissen Also hat er diesen Typen mitgeschickt Weiß nicht viel über ihn, aber sie zahlen ihm bestimmt eine ganze Menge Wenn er dafür seine Praxis in der Schweiz zurücklässt Er scheint sein Fach zu verstehen Aber mit Afrika zurechtkommt, das werden wir ja noch sehen Ist nichts weiter? Nein, ist nichts weiter War die gerade schon? Die war doch gerade noch zu Äh, offen Oh, das ist mich jetzt gerade So Oh, scheiße, solche großen offenen Räume Ja, ne Das war kein schönes Geräusch Machen wir kurz das Licht an Gib mir doch mal auch eine Lampe noch, die ich hier anmachen kann Ja, ne, Blumentopf Na los, lass uns mal hier nachgucken Ich glaube aber, wir sollten mehr die Streiche benutzen Lampe Kerze Oh, und ich glaube, wir beginnen die nächste Folge Mit einer Lesestunde Angeführt von meinem herren Kollegen hier nebenan Mensch, das ist aber auch dunkel und gruselig und spannende Musik Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich Tschüss Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal